In diesem Video geht es um die besten Standlautsprecher. Der Qualitätssieger in unserem Standlautsprecher-Test geht an den Kenton Krono 509. So dominant wie ihr auftritt, so ehrgeizig ist ihr Klang. Aufstrebend vom Charakter her sind sie klanglich warm und ausgewogen. Die Alumangan-Hochtöner, Tief- und Mitteltöner mit Waffegeometrie und die Treibertechnologie der großen Serien zeigen, wohin die Reise mit der Krono-Serie geht im Zweifel immer nach oben. Dorthin, wo die Luft dünner ist und die Klänge besser sind. Die Lautsprecher eignen sich für den ambitionierten Stereo-Betrieb ebenso wie für den Einsatz im Rahmen eines hochwertigen Heimkinosystems. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist das Moor SL10. Die Moor SL10 ist ein Standlautsprecher der Einsteigerklasse mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis. Trotz des günstigen Preises wurde auch in Bereichen nicht gespart, die nicht sofort sichtbar sind. Die Tieftöner haben einen kräftigen Antrieb mit großem Überhang, der in Verbindung mit dem Bass-Reflex-System einen sauberen, tiefreichenden Bass erzeugt. Dank einer Poll-Kernbohrung werden Kompressionseffekte vermindert. Das Gehäuse hat ein preisklassenbezogen sehr stabile Frontplatte. Die Kabel finden Halt an sehr stabilen, isolierten Schraubklemmen. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Standlautsprecher-Test ist der Polk Audio T50. Erlebe beeindruckenden Sound mit deiner Musikanlage. Dank der weit abstrahlenden Hochtöner und Treiber erlebst du einen klaren und detaillierten Frequenzgang im Höhenbereich, mit dem sich Stimmen und Instrumente realistisch wiedergeben lassen. Durch die Fünffach-Anschlussklemmen geht das Setup schnell und einfach und lässt dich so nach wenigen Minuten deine Filme und Musik mit deinem neuen Heimkino- und Musiksystem genießen. Genieß deine Filme und Lieblingsmusik auf einem neuen Level, mit Dynamic Balance erhältst du einen extrem klaren und raumfüllenden Sound, der bereits tiefe, durchdringende Bass lässt sich optional durch den PSW 10 E-Aktiv-Subwoofer noch weiter verbessern. Made in USA Das MDF-Gehäuse aus echtem Holz sieht nicht nur schick aus, sondern verringert auch gleichzeitig Resonanzen und Verzerrungen und sorgt somit für reichhaltigen, detaillierten Sound. Die Polk T-Serie ist mit allen gängigen Komponenten kompatibel, ob als Stereo-Lautsprecher oder in einem 5.1 Surround-Sound-System. Genieß mit den Lautsprecher-Boxen, Raumfüllenden und realistischen Sound bei Heimkino, Fernsehen und Games. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen. Und dann, wenn du das Video gefallen hast,